Der Müller Safety Trailer. Für den Transport großer und sperriger Lasten. Über 14 Tonnen Nutzlast für euren Logistikeinsatz. Über die hydraulische Heckrampe können Radlader, Kettenfahrzeuge, bis zu 16 Sandsackpaletten oder Big Packs geladen werden. Mit der bordeigenen 8 Tonnen Seilwinde können Schrottfahrzeuge zu Ausbildungszwecken geladen und transportiert werden. Der Müller Safety Trailer, unsere Pufferspeicherlösung für den Vegetationsbrandeinsatz. In Kombination mit unseren Wassersäcken ist es möglich, bis zu 14.000 Liter Löschwasser direkt zur Einsatzstelle zu transportieren. Ist der Sack leer, reicht ein Trupp aus, um den Sack neben dem Anhänger in Stellung zu bringen und über Schlauchleitungen zu verbinden. Mit der Tragkraftspritze kann direkt aus dem Wassersack gesaugt werden. Über Pendelverkehr oder lange Wegstrecke können die bis zu 30.000 Liter Löschwasservolumen gefüllt werden und an der Einsatzstelle geht das Wasser niemals aus. Der Müller Safety Trailer, hervorragend geeignet für den Einsatz hartnäckig brennender Elektroautos. Über die wasserdicht schließende hydraulische Heckrampe können mittels der 8 Tonnen Seilwinde Fahrzeuge bis zur Größe eines Sprinters in den Anhänger gezogen werden. Bis zu einer Füllhöhe von einem Meter kann geflutet werden, um die Batterien allseitig zu kühlen.